So, moin moin, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schaue ich mir nochmal Save the Flowers an. Was man hier machen kann, dass es nochmal ein bisschen schöner wird. Der Aufstieg ist ja auch schon insgesamt würde ich sagen nicht hässlich. Also der ist ja bis hierhin Gucken wir uns das mal an. Das müsste gleich bis hierhin sein. So. Ah, schlimm, ich setze das natürlich los. Ähm, kann ich ihn bitte da kurz. Aufstieg, genau. Dann rennt er da die ganze Zeit hoch. Und der wiederholt halt immer, die sind ein paar Dinge. Und ab hier, na ok, also mit dem oberen Ding wird es hässlich. Also wird es wirklich hässlich, hier so viel Code. Wenn nur nach unten gehen, finde ich nicht schön. Im Endeffekt, wo kommt er denn raus am Ende? Also wenn ich jetzt mal gucke, wenn er hier fertig ist. Move forward, turn right, move forward. Also er kommt hier raus. Das ist ja jedes Mal quasi. Jetzt wird er die Y-Sharp hier überspringen. Boom. Und jetzt sind wir im Ding. Hier. Jetzt machen wir das mal so. So. Ähm, hier Sternschirm. Und hier unten. So. So. Jetzt kommen wir jedes Mal hier raus. Also wir wollen jetzt quasi immer von hier bis hier hin. Bis er wieder in die Richtung schaut. Wollen wir programmieren quasi. Und das eben so lange wie, also while front is clear. Move forward. Turn right. Turn right here. Und dann while front is clear. Move forward. Und dann drop deeper. Drop. Oh, ich kann es auch so machen, dass er immer zuerst die pre-part droppt. Und dann das erst macht. Das ist eine gute Idee. Ja, okay. Dann muss ich noch. Dass ich jetzt hingehe. Und das nicht als Ende macht von dem ganzen Code. Also das jetzt runterläuft. Und hier ist droppt. Sondern, dass er von Anfang an droppt. Also er droppt. Der droppt jetzt erst mal. Er rennt dann runter. Ah, guck. Jetzt habe ich hier Command, Scan and be nested. Did you forget that? Okay. Irgendwo habe ich einen... So. Irgendwo habe ich hier ein Ding vergessen. Das war jetzt eine Fehlermeldung. Ich denke, ihr habt die nicht gesehen. Ja. Dann gucken wir uns mal an. Was uns das so bringt. Also rennen hoch. Und jetzt geht es runter. Und da ist genau der Punkt, dass er... Er hat jetzt eben diese Waldschleife hier beendet. Und jetzt erst im neuen Zug droppt er den Beeper. Ah, lost. Okay. Ah, nee. Ich habe da glaube ich noch einen Fehler drin. Das ist der Grundraum, der gerade rumspinnt. Nochmal also. Turn right. Move forward. Jetzt sind wir im Abstieg quasi. Zack. In der nächsten Waldschleife. Und jetzt lässt er erst mal einen Beeper fallen. Turn right. Move forward. Und jetzt kommt hier noch ein Turn right hin. Weil jetzt ist ja Front nicht clear und dann macht der Endverend. Das wollen wir nicht. Also kommt hier noch ein Turn left. Turn left noch da hin. Und von hier an starten wir wieder. Das habe ich vergessen. Gut, dass wir das durchgeguckt haben. Also. Er ist hier oben. Okay, jetzt ist schon zu eins zu weit. Aber dann droppt er eben den Beeper. Wie gesagt. Geht runter. Turn left. Und jetzt guckt er jetzt wieder neu in die Waldschleife. Und dann droppt er erst den Beeper. Und das ist glaube ich auch der ganze Spaß an der Sache. Aber jetzt... Ähm... Ja genau. Perfekt. Und jetzt ist eben Front nicht mehr clear. Und dann stoppt er einfach. Boom. Ende. Und jetzt haben wir. Und das finde ich cool am Programmieren. Mal kurz aus diesem ganzen Ding. Das sind ähm... 23 Zeilen. Also hier. Mal abzählen. Ich hoffe ich habe mich nicht verzählt. Also. Ja. 23 Zeilen. Zu mal plötzlich. 26. Ja. 10 Zeilen oder 9 Zeilen gemacht. Das ist schon cool. Und jetzt würde ich hingehen. Und mal gucken. Hier mit Aufstieg. Aber heute setze ich mich mal wirklich nur dran. Ein bisschen zu... Das Ganze schön. Als wir hier haben wir auch dieses turn right. Und das hier drin. Und das würde ich jetzt gerne auch in den Aufstieg rein wollen. Und dann schauen, dass der Aufstieg quasi genau gleich aussieht. Dass der auch so aussieht. Mit While. Und dann nochmal While. Und... Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir haben ja diese While on Beeper. Aber das gilt ja erst ab hier oben. So. Dann. Wie machen wir das? Also. Er macht natürlich immer erst... Ja. Okay. Ist schwierig. Weil er ist da noch nicht auf einem Beeper. Also wenn er hier schon auf einem Beeper wäre, wäre das einfach. Dann wäre das quasi... Ja. Einfach überprüfen aber auf dem Beeper. Und dann bis hier hin. Und dann hoch. Aber wir haben quasi hier... Da muss er mal erst hoch gehen. Und dann prüfen, ob er auf dem Beeper ist. Und das machen wir hier. Er geht erst hoch über Aufstieg. Das gehört halt zum Aufstieg dazu. Stimmt. Da können wir uns überlegen. Kann man das mit in den Aufstieg reinpacken? Turn right move forward. Doch. Das müsste reinpackbar sein. Reinpackbar. Das Wort gibt es wahrscheinlich. Also dass wir das einfach mit rein machen. Und dann machen wir das nämlich hier weg. Und dann hätten wir auch schon mal... Dann hätten wir quasi einen Aufstieg. Und ab dort dann mit... Ja. Das muss funktionieren. Genau. Zack. Und jetzt ist der Aufstieg vorbei. Also der Aufstieg geht immer von hier bis da. Und jetzt ist ebenso... Solange er auf dem Beeper steht, nimmt er sich den Beeper und macht einen Aufstieg. Also wir haben jetzt quasi am Anfang einen Aufstieg ohne Beeper und dann einen Aufstieg mit Beeper. Cool. Und das ist der ganze Aufstieg hier. Und das ist jetzt würde ich sagen... Ja, für No Code. Das ist jetzt insgesamt das ganze Programm von 16 bis 40. Wahrscheinlich so lang wie vorher. Nur der Abstieg. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Ja, ansonsten gibt es glaube ich keine Wiederholungen bis auf das hier. Aber ich glaube, das kriegt man nicht richtig gut weg. Also dass das hier quasi... Außer man macht es vielleicht nicht vom Beeper abhängig. Aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, das vom Beeper abhängig zu machen. Weil dann geht er genau bis hier oben. Wenn wir das jetzt mal kurz durchgehen. Dann geht er quasi genau bis hier. Und jetzt guckt er... Ach, bin ich auf einem Beeper? Ja, bin ich. Also, let's go. Machen wir noch einen Aufstieg. Und jetzt hier würde er ja wieder schauen, ob er auf dem Beeper ist. Und jetzt ist er nicht mehr auf dem Beeper. Dementsprechend guckt er jetzt, ob Front-Clear ist, damit er hier unten diese Bedingungen drin hat. Also, dass er hier bremst. Weil wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht on the Beeper. Also, wenn ich jetzt quasi das genaue Gegenteil davon mache. Dann würde er hier unten wieder eine Fehlermeldung produzieren. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, dass er jetzt runter rennt. Der Turn left. Ich will es mal vergleichen. Das ist quasi der gleiche wie hier. Nur, dass wir halt den Move forward quasi noch da am Ende haben. Ja, der Abstieg ist ja irgendwo logisch. Beim Aufstieg müssen wir uns quasi... Also, da gehen wir hoch und gehen dann rechts. Beim Abstieg gehen wir runter. Und dann ja nicht mehr. Also, da gehen wir erst beim nächsten Mal wieder rechts. Und dann runter. Dementsprechend ist das auch nicht schlimm in Anführungszeichen. Ja, aber alles in allem finde ich so ganz schön. Wie gesagt, man muss halt einmal aufsteigen, um überhaupt erst mal zu dem Beepern zu kommen. Und dann, solange er eben auf dem Beepern ist, geht er, klettert er hoch. Also, das ist wirklich, finde ich cool. Auch mit dem dann hier unten. Und dann, wenn er runter geht, guckt er eben, wie es ist. While Front is clear. Damit eben hier die Wand frei ist. Oder damit hier quasi immer frei ist. Und wenn hier unten die Wand dann ist, dass er dann aufhört. Was ja Sinn macht. Und solange eben hier frei ist, dann droppt er hier oben einmal da, da, da. Geht dann immer nach vorne und geht nach rechts. Und... Also, vorne, rechts. Und dann guckt er jetzt hier eben so lange, weil das sind ja diese variablen Höhen hier quasi. Deshalb hier auch wieder eine Waldschleife. Und um dann wieder auf dem gleichen Ausgangspunkt zu sein, das Turn Left noch am Ende. Schaut wieder nach links und jetzt kann er wieder neu gucken. Ist Front clear? Bam, 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 bam. Und hier unten merkt er dann, Front ist nicht clear. Also hören wir auf. Lassen wir nochmal ein kurzes Goal drauf laufen, aber das müsste passen. Ja, das sieht doch sehr schön aus, wenn ich jetzt auch mal mein eigenes mache. Ich habe sogar das Gefühl, dass meins jetzt mal ähnlich schnell ist. Weil oftmals war es ja so, dass mein Code viel langsamer war als der Goal Code. Und das ist natürlich ärgerlich dann, weil dann theoretisch, denke ich, kann man daran auch irgendwo festmachen, dass, ähm, ja, mein Code nicht so schön programmiert ist, weil er da so viel durchgehen muss. Und jetzt ist halt wirklich zack, 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 zack und fertig. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt haben wir doch tatsächlich mit der Optimierung ganze 10 Minuten vollgemacht. Ja, aber wie gesagt, schönen Tag. Viel Spaß beim Programmieren. Haut rein. Einmal vom Programmieren. Anh eingefst nochmal zack. G Controlieren. Vielen Dank.